Moin moin, was geht ab, heutzutage, euer FIFA-TJ hier und mit der Team of the Week 7 Prediction. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. So ihr Lieben, und Olympique Lyon beim 2-1-Sieg gegen Longs, ähm, überragend gehalten, Lopez. Longs hatte, wenn ich mich nicht komplett irre, die hatten deutlich mehr Torschüsse aufs Tor. Und trotzdessen hat Olympique Lyon mit weniger Torschüssen gewonnen, 2-1 ganz knapp. Und ja, ein ausschlaggebender Punkt dabei war Lopez und daher kriegt er von mir den ersten in Form. Und wir machen weiter in der Abwehr. Und da kommen wir in die La Liga zu Diego Carlos, der hat das 1-0 für Sevilla gemacht, beim 2-0-Erfolg gegen Osasuna. Als Inverteidiger das 1-0 eingeläutet, also wesentlichen Bestand am Sieg gehabt. Daher, Diego Carlos kriegt von mir ganz klar die, äh, ein in Form. Und kriegt damit eine 84er-Karte. Ja, kommen wir zur nächsten Karte, gehen wir in die Premier League. Und das ist Rhys James. Und ja, der hatte einen maßgeblichen Anteil am Chelsea-Sieg. Und daher bin ich mir da eigentlich zu 100% sicher, dass der seinen in Form bekommt. Und ich würde sagen, wir gehen weiter und springen in die Spanische Liga wieder. Und da hat Carrasco für Atletico, äh, war er ein wesentlicher Bestandteil beim Sieg von Atletico. Ein Tor, eine Vorlage hat der gute Mann gemacht. Ähm, ob es am Ende reicht für einen in Form, wir werden sehen. Aber die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Und dann gehen wir in die deutsche Liga, in die Bundesliga. Ähm, Müller. Müller hatte zwar schon in Form, 88er. Ähm, ob er jetzt so zeitnah direkt wieder einen in Form kriegt, weiß ich nicht. Es kann ja nicht zweimal hintereinander ein in Form kommen, aber, also innerhalb von zwei Wochen. Aber das ist ja jetzt schon, äh, drei Wochen zurück mit dem in Form, oder zwei. Ähm, daher, ja, Lewandowski, der hat zwar mehr Tore in dem Spiel gemacht, aber Müller hatte drei Torvorlagen. Und ein Tor beim 5 zu 2 Erfolg, äh, von Bayern bei Union Berlin. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, je nachdem wie eh drauf ist, dass Müller vielleicht eine in Form Karte bekommt. Karte wird am Ende nicht viel wert sein. Kaum jemand wird sie spielen. Aber ich sag mal, äh, als SBC-Futter freut man sich trotzdem über die Karte. Also ich würde ihn niemals spielen, äh, jedenfalls nicht mit, äh, mit dem Pace-Wert. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass Müller eine in Form eventuell bekommt. Eher als Lewandowski, glaube ich. Aber wir werden sehen. Und dann kommen wir zur nächsten Karte. Und der gute Mann, der hat eine Torvorlage und ein Tor beim 2 zu 0 Erfolg von Crystal Palace gegen Man City gemacht. Und, ja, das ist, äh, für mich auch eine Featured-Karte. Ich spreche es immer falsch aus. Entschuldigt bitte. Also, ähm, der kriegt ein Doppel-Upgrade in meinen Augen. Oder er ist ein heißer Kandidat für ein Doppel-Upgrade, sagen wir es so. Und, ja, ich finde, die Karte ist sogar ein Stück weit spielbar. Also ich finde die Karte eigentlich ganz nice. Wenn der so kommt, ähm, ja, wir werden sehen. Wir schauen einfach mal. Aber ich gehe davon aus, dass der zumindest, der kriegt ein Minimum in Form. Also das schon mal auf Garantie. Der kriegt ein Minimum in Form. Äh, ob er das Doppel-Upgrade bekommt, wer weiß. Und wir gehen zur nächsten Karte. Und das ist Di Maria. Der hat, äh, beim Sieg vom PSG, hat er beim 2 zu 1 Erfolg gegen Lille. Ja, Spitzenspiel gegen Lille. Und, ähm, ein Tor, eine Torvorlage. Daher gehe ich auch ganz stark davon aus, dass auch er eine, ja, dass er auch eher in Form bekommen wird. Also eigentlich auch zu 100 Prozent eigentlich, dass Di Maria eine in Form bekommt. Aber man weiß nie bei EA. Wir werden schauen. Und wir gehen zur nächsten Karte. Vinicius Junior. Ähnlich wie Di Maria. Real Madrid auch gewonnen. Und, ähm, ja, zwei, äh, an zwei Toren beim, äh, beim Sieg von Real. Vinicius Junior beteiligt gewesen. Ein Tor, eine Torvorlage. Wird eigentlich, wäre, wäre, wäre eine Megakarte. Wäre eine Megakarte. Auch wirklich, die wird auch wirklich teuer werden. Der In-Form von ihm, eine der meistgespieltesten Karten, spielt sich auch überragend. Ich habe sie selber, die In-Form-Karte von ihm. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass er ein In-Form bekommt. Und diese 85er-Karte, die wird anders krass sein. Die wird einfach anders krass sein. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass er ein In-Form bekommt. Ich denke mal, bestimmt 500, 600k wird diese Karte safe wert sein. Allein wegen den Skill und, ähm, Weakfoot Moves. Ähm, ja, da gehen wir zur nächsten Karte. Und das ist Korea. Der hat auch zwei Buden für Inter gemacht. Und, ja, auch relativ wahrscheinlich, dass er einen In-Form bekommen wird. Und dann gehen wir weiter. Vlahovic. Vlahovic. Ich habe ihn richtig ausgesprochen. Auch hier gebe ich ihm ein Doppel-Upgrade. Oder er ist ein Kandidat für ein mögliches Doppel-Upgrade. Der gute Mann hat, jetzt muss ich nochmal bei mir raufschauen. Der Mann hat drei Tore beim, äh, Florenz-Spiel gegen Spezia gemacht. Und, also ein Headtrick. Also, es war kein Lupenreiner. Ich glaube, Elfmeter war ja mit dabei. Aber beim 3-0-Erfolg hat er drei Buden gemacht. Ähm, auch der Mann ein ganz, ganz heißer Kandidat für einen In-Form. Beziehungsweise sogar für einen Doppel-Upgrade. Ja, dann kommen wir zu Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Den habe ich jetzt, ja, ich habe mich so ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Ähm, normalerweise bei Ronaldo, äh, oder auch bei Messi oder so. Die müssen ja eigentlich, kriegen die ja meist nur einen In-Form, wenn die auch dann wirklich zwei, drei Buden machen. Also, richtig, äh, durchdrehen. Ähm, spiere ich. Ich habe ihn jetzt mit reingenommen, einfach in der Hoffnung, dass er vielleicht einen kriegt. Wäre auf jeden Fall mega. Ähm, aber ein dickes, dickes Fragezeichen hinter der Karte. Also, ein Tor, eine Torvorlage beim 3-0-Erfolg. Mal sehen, ob es für einen In-Form reicht. Äh, 50-50. Ich habe ihn trotzdem mit reingenommen. Und, ja, wenn euch die Prediction gefallen hat, ich mache immer nur elf Spieler, ja. Äh, die Top-Elf, sage ich mal. Äh, wenn euch die Prediction gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Ähm, würdet ihr mich mega mit supporten. Daher, ja, bin ich raus und bis zur nächsten Prediction oder Stream. Macht's gut. Ciao, ciao.